Da du vermutlich das neue Update zocken willst und keine Zeit hast, ewig lang irgendwelche Videos zu schauen, gibt es jetzt hier mal das neue Update in 70 Sekunden. Viel Spaß dabei! Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julix. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freunde, das hier ist das erste Video nach dem Kajo Perico heißt DLC und ich bin absolut hyped. Wie immer gibt es jetzt als allererstes mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Eine ausführlichere Version, wo wir dann auf die Preise und die Fahrzeuge im Detail eingehen und so weiter, kommt dann später noch. Bevor wir starten, aber hier nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und zwar heute Abend um 19 Uhr streamen wir wieder das Finale vom Kajo Perico heißt DLC. Also stell dir einen Wecker und sei um 19 Uhr heute Abend mit dabei. Ansonsten würde ich sagen, wir starten jetzt direkt mal in das Video rein, sonst wird es ja auch viel zu lang. Zunächst einmal gibt es heute sechs neue Fahrzeuge, welche auf den Webseiten gekauft werden können. Darunter ein Unterwasserfahrzeug mit Nitro, der neue Bomber und einiges mehr. Zwei weitere Fahrzeuge können durch den Kauf des U-Boots freigeschaltet werden. Ein kleineres U-Boot, der Kragen Avisa und der Sparrow. Und das bringt uns eben auch schon zum U-Boot, das ja der Schlüssel zu diesem Update ist. Hier können wir nämlich den Heist starten, welcher notwendig ist, um auf die neue Insel kommen zu können. Sie ist leider nicht im Free-Mode verfügbar. Zu dem Heist an sich verrate ich euch an der Stelle erstmal nichts, weil ich euch nicht spoilern möchte und euch die Gelegenheit geben möchte, diesen selber zu zocken. Dann gibt es eine neue Schatzsuche, bei welcher wir zehn Schätze pro Tag unter Wasser finden können. Dafür gibt es dann jedes Mal 7500 Dollar. Außerdem gibt es natürlich neue Klamotten, neue Masken, zwei neue Labels im Klamottenladen und drei neue Waffen. Ein Militärgewehr, eine Shotgun und eine Pistole. Außerdem ist der Music locker ins Spiel gekommen, zu welchem wir erstmal gehen müssen, um eben überhaupt das U-Boot kaufen zu können. Er wirkt ein bisschen wie der normale Nachtclub, aber auf Wish bestellt. Dann hätten wir die neuen Radiomissionen, welche wir brauchen, welche nur einmal pro Lobby gemacht werden müssen. Und dann haben wir einen neuen Radiosender für diese Lobby freigeschaltet für alle Spieler. Und ja, das war im Prinzip auch schon das gesamte Update mal ganz kurz und knapp zusammengefasst. Schaut da mal, da haben wir sogar unter 120 Sekunden gebraucht für. Wie gesagt, das hier war nun mal eine ganz, ganz grobe Zusammenfassung, dass wenn du gerade von der Arbeit kommst oder von der Schule oder was auch immer, nur mal einen ganz groben Überblick darüber bekommst, was denn alles neu ist. Wie gesagt, eine etwas ausführlichere Variante kommt noch die nächsten Stunden online. Und wenn dir diese Zusammenfassung hier gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Und abonnier den Kanal, um wirklich nichts mehr rund um das neue DLC zu verpassen. An der Stelle bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen schönen und vor allem einen angenehmen Tag. Haut rein, bis bald und ciao. Bis bald, bis bald, bis bald, bis bald.